Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Manche Vögel erkennt man an ihrem Ruf. Den Specht erkennt man an seinem Trommeln. Mit seinem Schnabel hämmert er gegen einen hell klingenden, trockenen Ast und erzeugt ein schnarrendes Trommeln, das man im Frühling weiterhin hört. Damit kennzeichnet er sein Revier und lockt Weibchen an. Aber warum werden Spechte eigentlich Zimmerleute des Waldes genannt? Was ist eine Spechtschmiede? Welcher überlebenswichtige Körperteil des Spechtes ist das? Antworten auf diese Fragen gibt es in diesem Video. Die häufigste Spechtart in unseren Wäldern ist der Buntspecht. Sein Gefieder ist auffallend schwarz-weiß. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.